Willkommen zurück zu einer neuen Folge Among Us. Ich spiele hier mit nur Randoms, also einer Gruppe von Randoms, was das ja eigentlich nicht von den anderen Parts unterscheidet. Also Braun ist diesmal nicht Lars, sondern Loki. Ja, wir haben hier schon im Chat ein bisschen gechattet. Ähm, Alban, Loki, Luxi, Hai, Hai ist ein häufiger Name hier, Chita, Oi, Chies, Ebstein, und je. Jetzt sind wir zu zehnt. Leute aus aller Welt sind hier mit dabei. Ähm, ja, schauen wir mal, also ich wette ja, ich muss mich gar nicht muten, ich bin nicht mit Discord. Schreiben sie wahrscheinlich schon Start. Ja, ähm, na, dann gehen wir mal los. Ähm, willkommen zurück zu einer, zu einem kleinen Part mit Randoms, nur mit Randoms. Let's go! Mal schauen, ob ich wieder ein Poster werde. Start! Na? Nein, nur Crewmate. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich hier übernehme. Ich habe übrigens ein, ich habe mir, ich habe mir, ich habe mir das Crewmate Bundle gekauft. Ich habe ein kleines Kind, ich habe heute mein Vater mit, äh, ich bin heute, ich bin heute Vater und habe heute mein kleines Kind mit auf Arbeit genommen. Ach, ich ignoriere den Alarm. Heute bring dein Kind mit auf Arbeitstag. Ja, auf meine Weltraummission musst du heute mein Kind mitnehmen. Ja, mal schauen. Und mein Kind jetzt noch irgendwann, ob es noch den brutalen Mod gehen wird, und ich dann ohne mein Kind. Oh, ja, ähm. Wo war's? Wo war's denn hier? Aber hier, muss man erst mal fragen, wo? Aber seit Mad Bay, okay. Ja, äh, wo war ich denn? Ich war elektrisch, hier war ich. Ja, wer? Der ist in der Wiese, also Rot hat schon gewählt, der ist sich schon ganz sicher. Ja, es gibt, ähm, wie viel Vorschlang, es gibt. Ja, es gibt, äh. Ja, wir haben nichts gesehen, keiner hat irgendwas zu sagen, keiner hat irgendwie. Ja, jetzt wird hier irgendwas. Hier der Alban ist angeblich ein großer YouTuber. Ähm, ja, sorry, das, den ich kenne. No black. Hat er schon im Vorhinein, dann hatte ich im Chatverlauf hier schon, hatte ich, soweit hochspielen kann ich wahrscheinlich nicht, aber, ja. Ja, es gibt fast alle. Amerikanischer, ja, okay. Er hat gesagt, er hat 1,5 Millionen Abonnenten, was für amerikanische Verhältnisse nicht groß ist. Aber ich habe 242 zum je zehn Zeitpunkt, deswegen, ja gut, ähm, großer YouTuber, im Vergleich. Und, ähm, im Abbau zu machen, ich ignoriere weiterhin hier den Alarm, dadurch wirklich ziemlich Hass. Das ist natürlich, ja, das gehe ich dann irgendwie in Kauf, das nehme ich in Kauf, nicht gehen, wie das Sprichwort falsch benutzt. Da sind wahrscheinlich alle jetzt, oh, alles schon erledigt. Bleibe ich mal gleich hier, tu mein Labyrinth hier mal an. An dieser Stelle habe ich noch nie ein Labyrinth gesehen. Noch nie, aber da ist dieses Ding. Das ist, ja. So kann man die Türen öffnen. So muss ich hier noch rein? Ne, ich muss da oben rein, mein Laboratorie. Ach, die Task ist kurz, muss man hier nur ein Hebel mitlegen, zack. Ja, ich habe hier gerade mal, ich glaube, ich bin sogar der Host. Ja, hier mal zurück. In das Prinzip in Rom muss ich nochmal, der Host. Ja, bin ich, ich habe diese Map gewählt, weil ich, die haben ja noch, die haben ja noch, die haben ja noch zu selten benutzt. Dann wird mal wieder, also, wenn ich schon eine Map spiele mit Vendams, dann, hier mal die dritte Map. Wie hieß die nochmal? Proto, siehst die glaube ich. Oder so ähnlich. Hm, hier bin ich falsch. Ganz falsch. Hier noch einen kleinen Umweg. Wenn man querlich die Map, wenn ich die Entdecken, war ja auf dem Weg eine Lerche. Weg kommt ein Kind. Oha, okay, ähm, wie haben wir das jetzt geschafft? Ähm, verstehe ich nicht. Aber die beiden waren hier. Zwei Imposter. Kami und, also Rot und Braun. Aha, noch eine Runde, kriegen wir noch eine Runde hin. Das war ja uns spektakulär jetzt. Schwarz ist weg, oder? Nee, ja, ja, doch, der YouTuber ist weg, der angebliche. Der berühmte YouTuber mit 1,5 Millionen. Wie gesagt, so, ihr habt den Namen gesehen, könnt ihr, ach, da ist er wieder Alban. So hießt ja. Ich werde es nachher mal checken, ich werde es mal nachher googeln. Auf YouTube, auf YouTube googeln. Ich kenne nicht jeden YouTuber auf der ganzen Welt, vor allem im amerikanischen Raum. Auch im deutschsprachigen Raum kenne ich nicht jeden. Das ist wirklich, ja. Ich habe da nur meine paar, obwohl ich habe schon viele, die ich gucke. Also ich bin da wirklich, eigentlich meistens eher nur das Plays, aber als Camp tue ich schon sehr viel aus der deutschen Szene. Aber so aus amerikanischem, ja, ich schaue ja schon. Hatten wir es geschrieben. Ja, ja, ich nehme hier gerade was auf, ich bin eben noch so ein bisschen am Quatschen. So, ich quatsche mal so ein bisschen. Ich quatsche mal so ein bisschen. Hey, YouTube-Video. Hey, direkt vor der Nase hier. Besser am Poster. Hier ist mein Task drin. Gut, bisher habe ich überlebt, als Kühnmitglied. Wurde noch nicht brutal abgeschlachtet. Vor den Augen meines Kindes. Das kann sich gleich ändern. Bin der Türkise hier. Jetzt hören. Ganz genau das. Ganz genau das passiert. Und da hat er das gesehen. Ganz kurz hat man es gesehen. Liegt schon mein kleiner. Mein kleines Baby. Das ist traurig auf dem Boden. Das habe ich mir jetzt gekauft. Ich habe es mir wirklich gekauft. Also man kann es sich, man kann sich die, die Kids, dieses Mini Crewmate Link auch, da gibt es mehrere YouTube-Videos zu, wie man sich das, wenn man sich da so eine App ist es nicht, aber irgendwie so eine Mod installiert, womit man, ja, Zirn ist es ganz klar, aber okay, Zirn ist geläftet, wie das. Achso, dann müsste das Spiel doch vorbei sein. Achso, nee, wir haben ja zwei. Stimmt, es ist hier zwei. Einer müsste noch übrig sein. Ich gehe nach meinem Kind gucken. Oh, das arme, das arme, das arme kleine Ding. Ich habe mir das Ding jetzt gekauft, um es zurückzulassen. Das Pack gekauft. Ja, ich habe es vielleicht gekauft. Das kann man sich auch kostenlos irgendwie holen, indem man sich diese Mod installiert. Aber, ja, ich habe das Spiel schon von Nars geschenkt bekommen. Ich habe das, ich habe das Spiel schon kostenlos bekommen. Da wollte ich die drei Euro, habe ich jetzt mal, ja, damit ich den Entwicklern ein bisschen, damit ich zumindest ein bisschen was in die Entwickler unterstützen. Ja, gut, ich meine, Among Us hat es jetzt nicht so notwendig, also das ist jetzt nicht, ich meine, das haben jetzt genug gekauft. Ich meine, die Entwicklern davon, warum leften die jetzt alle? Das ist doch, wenn man halt mit einem spielt, ist Green. Boot Orange, die sind sich alle nicht einig. Ja, wer Zweite ist, weiß ich nicht, wer Zweiter braucht das. Ich habe, sie haben gesehen, wer mich umgebracht hat. Weil Zweite ist, das kann ich euch nicht sagen. Keiner ausgewählt. Ist aber wichtig, ist aber wichtig, den Leuten, den Entwicklern ein bisschen was. Da muss man, ist es, ja, ich hätte es machen können, ich hätte mir die kostenlosen Mods da holen können. Hätte ich auch alle gehabt und so, aber das mache ich nicht, das ist, das geht mir. Auch am Sklens, Kindchen, ich bin bei dir. Das tut mir fast nicht. Fast. Was sagen würde, ist es, ja, die drei Euro kann man sich, das ist doch, ich verstehe, dass das für manchen ein bisschen zu teuer ist, ist eigentlich auch für mich zu teuer. Oh, äh. Gelb steht bei der Leiche. Hat das umgebracht. Das Orange hat, was, wie, wie hat Orange denn? Da hat er aber Geld gesehen, da war aber, nee, ich habe, ich habe Orange gar nicht gesehen. Wo war denn der? Inscreen, was? Orange hat doch, jetzt muss doch. Orange, was, was, wie, wie hat denn Orange, hat Orange nicht gerade, ist der geläftet oder was ist? Mitweilen im Spielen. Victory, es war tatsächlich die Grün, also Lime. Lime ist natürlich die Farbe. Gut, ähm, ich würde mal sagen, wenn mich nach oben sollte euch dieses Video gefallen haben, lasst ein Abo damit neu sein, den nächsten paar nicht verpassen wollt, das nächste Video auf meinem Kanal sind ja ein paar gestorben. Ich würde es jetzt, glaube ich, mal dabei belassen, jetzt zwei Runden mit Rindems. Das reicht dann auch nächstes Mal wieder mit, mit zwei, drei Leuten und Rindems. Ja, wir haben bisher immer mit Rindems gespielt, bloß ab und an war halt Lars und Capi und Mary mit Stamaya und so. Nee, und so, nicht und so, einfach nur Capi und Mary und Lars hat dann so ein bisschen noch was anderes angebracht. Heute mal, weil die nicht konnten, habe ich mal, weil ich nicht gefragt habe. Ja, ich wollte mal eine Runde. Es ist schon spät. Ich wollte die jetzt, ich konnte die jetzt noch nicht beanspruchen. Ich habe jetzt mal eine Runde, testweise. Gut, na dann. Nächstes Mal wieder mit Leuten im Voice-Chat. Bis dahin. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020